Ja, hallo ihr Lieben, ich habe tatsächlich mal ein Thema, deswegen melde ich mich mal so. Ich habe nämlich jetzt ganz oft Zuschriften bekommen und da wurde gefragt, sag mal David, was ist denn das, was ist denn ein Countertenor? Ich habe deine Videos gesehen, du singst irgendwie so ein bisschen höher als andere und irgendwie, was ist denn, ist es jetzt Tenor, was ist es denn? Also tatsächlich, ein Countertenor ist tatsächlich jemand, der singt wie eine Frau, ganz plump gesagt. Und das wird auch unterschieden zwischen Sopran, Mezzo, Sopran und Alt, wie bei den Frauenstimmen auch. Und tatsächlich muss man nicht immer in den klassischen Bereich denken, Barock und Klassik, was ich bevorzugt singe, sondern ihr kennt das auf jeden Fall von den Bee Gees, von Michael Jackson, das sind so die Großen, die auch die Kopfstimme gut verwendet haben. Ja, das heißt, ein Countertenor, früher Contra, Alt, jetzt quasi wieder modern geworden in der klassischen Musik. Ja, das singe ich, weil ich mich da einfach wohlfühle und ihr merkt ja, ich rede trotzdem relativ normal. Das heißt, ich habe natürlich eine tiefe Stimme und ja, man muss also nicht denken, dass irgendwas medizinisch verändert wurde, sondern meine Stimme ist einfach in der Höhe deutlich dehnungsfähiger als bei anderen Männern. Daher erreiche ich natürlich in der Kopfstimme auch gewisse Höhen. Ja, ich hoffe, das hat eure Frage beantwortet. Schickt mir doch gerne einfach noch ein bisschen mehr Fragen, dann melde ich mich gern wieder auf diesem Wege und erkläre euch das sehr, sehr gerne. Bis bald, euer David. Good.